Hey, what's up guys, es geht wieder weiter hier bei Mega Man 10 bei Stage 2. Also bei Stage 2 muss ich sagen, da ist die Stage einfach mal mega asozial und bei Stage 3 ist es der Boss, der mega asozial ist. Aber die Stage bei Stage 3 ist auch nicht gerade ohne. So. So, wir laden es mal kurz auf. So, was haben wir hier? Achso, der... hier die Vögel wieder. Oh, Lone Fire! Lone Fire! So, weg! So, weg! So, weg! So, jetzt haben wir hier DEN Boss. Da, 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 da... Wenn man hier runter geht, dann hat man die Chance sich ein hier zu greifen. Oh So Okay Jet Fuck 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 Okay, so, jetzt weiter oben. Oh, die Saftpresse! Oh, die Saftpresse! Okay, der Sprung, der... Oh, den hätte ich jetzt nicht machen können. Komm! Ja! Oh! Ey, dieser Sprung, der zerstört einfach mal nur Leben, ich sag's euch. Ach, der! Hier, Bomben brauche ich. Bomben, Bomben, höh! Der Krebs! Krebsse! Oh, fuck. What? Komm, einen Hit braucht er noch. Komm, mehr. Ja, stirb! So, jetzt mal gucken. Verdammel, 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 verdammel. Ich versuch's. 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 對. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Okay. Ja, hinterlass die Energie doch auf den Spikes wieder, ey. Das ist richtig klug wieder, ey. Klug. Fuck. Alter, was ist denn... was hat los mit mir? Kann ja gar nichts. So, geht doch. So, hier mal ein Jet. Und... Ich weiß gar nicht mal, wie das da hinten aussieht. Ach, hier, okay, das ist ein bisschen live, kriege ich hier. Oh, ich weiß gar nicht. Ja, das ist so. Komm, komm, komm! Ja! Okay, hier jetzt. Ja! Ja, jetzt trifft er. Ja, okay. 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 Wie gesagt, werde ich jetzt mal richtig schön E-Tanks erbraten, ey. Ihr Pokeball. Rebound Striker. Oh, fuck. Das war schon mal schlecht. Oh, Gott. Wie schlecht bin ich denn gerade, ey? Okay. Okay. Well, we're a J-Tanker. Genau. Der hat ja kaum life verloren Ja, setz ich wieder zusammen, ey Was würde ich für ne Slide-Funktion geben, ey, als im Mega-Man-Modus Moment, so nicht Ja, setz ich wieder zusammen, ey, als im Mega-Man-Modus Ja, setz ich wieder zusammen, ey, als im Mega-Man-Modus Ja, setz ich wieder zusammen, ey Ja, setz ich wieder zusammen, ey, als im Mega-Man-Modus Ja, setz ich wieder zusammen, ey Ja, setz ich wieder hin Ja, setz ich wieder hin Ja, setz ich wieder hin Ich muss das mal aufladen. Ich muss das mal aufladen. Ja, endlich! Stirb! So, letzte Stage. Oder vielmehr die Top 8 Stage. Ich spoiler euch, ist mir scheißegal. So, da ganz oben, da gibt es ein E-Tank. Ich werde den jetzt erstmal farm gehen, bis ich wieder auf 9 bin. Bis zum nächsten Mal, bis dann und tschau!